Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Alle Gesetzwidrigkeiten bei den Vorgängen am Kapitol gehören streng bestraft. Die politische Auseinandersetzung ist ausschließlich mit friedlichen, demokratischen Mitteln zu führen. Aber was für ein Schauspiel! In den USA eskaliert eine Demonstration, und in Deutschland beeilt man sich festzustellen, dass hier ein ähnlicher Mob agiert. Gut, dass wir in Deutschland eben keinen vergleichbaren Vorfall, etwa vorm Reichstag, hatten, wo im Kapitol ein Haufen Stunden lang wütete, verlief sich hier die Truppe mit ihren Treppenselfies binnen Minuten. Kein Eindringen, Verletzte oder Sachbeschädigung. Drei Polizisten genügten. Aber man zieht einen schamlos falschen Sachvergleich, um mit Schreckensbildern aus den USA die deutsche Bevölkerung aufzuwiegeln, gegen Kritiker der Regierungspolitik. Das ist Hass. Das ist Hetze gegen demokratisch-oppositionelle Minderheiten. Warum werden Regierungskritiker diffamiert? Nun, indem man sie quasi außerhalb der Meinungsvielfalt stellt, will man sie a priori ausgrenzen, anzeigen, dass man sich mit der Kritik etwa in überzogenen Lockdown-Maßnahmen gar nicht auseinanderzusetzen brauche, da das sowieso Gedankenverbrecher sind. Nichts möchte die Regierung lieber, als dass die Opposition sich radikalisiert. Wo das ausbleibt, fantasiert man es sich einfach herbei, wie der bayerische Verbalrambo mit seiner Corona-RAF. Denn dann muss man der Opposition eben nicht mehr mit der Kraft des besseren Arguments begegnen, wo das Eis dünn wäre, sondern kann sich als Ordnungsmacht gegen Gesetzesbrecher stilisieren. Wer ist da ein Treiber der gesellschaftlichen Spaltung? Wer ist Provokateur der Hysterisierung? Es ist diese Regierung selbst, die ihre Vorgaben stets alternativlos stellt und Andersdenkende ausgrenzt. Und sollte Trump ein schlechter Verlierer sein, was wäre dann von Deutschland zu halten, wo eine Kanzlerin ein Wahlergebnis für unverzeihlich erklärt und verkündet, es gehöre rückgängig gemacht? Wer hat da ein gestörtes Verhältnis zur Demokratie, meine Damen und Herren? Und was ist davon zu halten, wenn es beim Verfassungsschutz einer der Regierung unterstehenden Behörde laut deren Ex-Chef politischen Druck gab, eine bestimmte Partei unbedingt zu beobachten? Man sogar eine Pressekonferenz abhält, die hinterher als gesetzwidrig eingestuft wurde. Muss der Verfassungsschutz sich vielleicht mal selbst beobachten? Ja, die Demokratie in Deutschland ist gefährdet. Mehrere Landesverfassungsgerichte mussten nach AfD-Klage das verfassungswidrige Paritégesetz stoppen, gegen seine Unterstützer Giffey, Barley, Lamprecht, Wittmann-Mauz. Das Bundesverfassungsgericht erkannte, ganz im AfD-Sinne, dass die illegale Staatsfinanzierung beim EZB-Anleihenkauf grundgesetzwidrig ist. Und die Demokratie, die von Sprechfreiheit lebt, ist auch in Gefahr, wo schon die Verwendung einzelner Wörter sanktioniert werden soll, Volk, Nation, wo wer nicht auf Regierungslinie ist, gleich den Zusammenhalt gefährdet. Und das, obwohl Meinungsstreit und das Ringen um den Weg doch das Wesen der Demokratie ist. Zunehmend werden aber abweichende Meinungen mit gesellschaftlicher Ächtung, medialer Diffamierung und Jobverlust abgestraft. Wer nicht mitspielt bei den Umbauplänen der Regierung für dieses Land, wird bekämpft, gesperrt, gelöscht. Auch der vorpolitische Raum wird auf Linie gebracht, von der Schriftstellerin bis zum Kabarettisten. Eine Mehrheit der Deutschen hält sich laut Umfrage inzwischen lieber mit der eigenen Meinung zurück, als offen zu sagen, was man denkt. Denn was stört, wird zur Nicht-Meinung erklärt. Als Hass deklariert, dem Grundrechtsschutz entzogen. Man legt eine offizielle Wahrheit fest, nennt Zweifel daran Hetze und Verschwörung, will soeben doch Meinungen verbieten. Der eigentliche Angriff auf die Demokratie ist die Instrumentalisierung der Ausschreitungen im Kapitol, um eine flächendeckende Zensur zu etablieren. Die Löschorgien im Netz trommeln täglich zum Marsch in den digitalen Totalitarismus. Man will alle Kritiker zum Schweigen bringen. Eine Bücherverbrennung von gigantischem Ausmaß, meine Damen und Herren. Dabei gefährden die den Rechtsstaat, die eklatante Grundrechtsverletzungen anordnen, ohne wirkliche Abwägung der Angemessenheit. Die gefährden die Demokratie, die meinen, die Bevölkerung täuschen zu können und ihr, bei Gelegenheit einer Gesundheitskrise, eine Haftungs- und Finanzunion mal eben unterjubeln zu können oder die Beraubung in dreistelliger Milliardenhöhe durch einen vermeintlichen Wiederaufbaufonds. Meinungsvielfalt ist doch Voraussetzung der Demokratie. Aber Politik und Medien werden dem Gebot nicht gerecht, alle Stimmen der Fachwelt einzuholen, alle Meinungen abzubilden. Stattdessen einseitige, einzig gültige Vorgaben ARD und ZDF als Impfzentren des Wahrheitsministeriums. Wer in Deutschland die Demokratie gefährdet, ist eine Regierung, die ihr Handeln als alternativlos ausgibt, der Debatte entziehen und alle Gegenstimmen von vornherein diskreditieren will. Deshalb ist geradezu ein Schutz der Demokratie in Deutschland die Alternative für Deutschland. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Curio. Vielleicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich darauf hinweisen, dass Zwischenrufe das parlamentarische Geschäft beleben. Allerdings, Herr Kollege Grembels, kann ich sagen, wenn Sie eine relativ dichte Maske haben, dann kommt hier von Ihren Zwischenrufen außer einem großen Lauschlag relativ wenig an. Nehmen Sie sich ein Beispiel beim Kollegen Theurer. Der hat beim Zwischenruf die Maske mal kurz abgenommen und dann wieder aufgesetzt. Dann haben wir es wenigstens verstanden. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Johann Wadephul, CDU, CSU-Fraktion.